It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness. Also ich fange dann jetzt an mit der Einleitung. Ja, aber bitte professionell und fröhlich. Ich bin immer professionell und fröhlich. Ja gut, kommt auf den Alkoholspiegel an. Bist du bereit? Ja, meinetwegen. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Seltsamer Wein. Wir sind wieder Tommy und Christian. War jetzt nicht so gut? Wollen wir nochmal anfangen? Ich fand's jetzt eigentlich nicht so gut. Weißt du, wegen Seltsamer Wein, weil es halt Why Not im Deutschen ist? Ich hab's verstanden. Einfach, fröhlich sein bedeutet nicht schlechte Witze machen. Ja, war ich dir jetzt nicht fröhlich genug, oder was? Mach die Sache nochmal und dann ist gut. Wir machen jetzt einfach los. Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei Why Not. Mein Name ist Tommy und der Esel nennt sich steht zuerst. Deswegen, verdammt. Ja, ich begrüße noch meinen Kollegen, den Christian. Hallo. Wir müssen es nochmal machen. Entschuldige, aber das war richtig scheiße. Mann, ja, ich bin auch nicht gut in sowas. Du kennst meine Einstellung zu einstiegen. Das ist... Mach jetzt nochmal und dann nenn mich bitte zuerst. Ich möchte zuerst genannt werden. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag da draußen. Begrüße euch ganz herzlich wieder bei unserem Projekt hier Why Not. Bei mir an meiner Seite, wie immer, der unglaublich charmante und immer gut gelaunte Christian. Hallo. Hallo, hier bin ich, der Christian. Ja, freut mich, dass wir mal wieder die Zeit hatten und gemeinsam hier aufnehmen konnten. Ja, ich freue mich auch. Und du bist Tommy, stimmt's? Habe ich recht? Mann, du bist ja ein schlauer Fuchs. Ja, Mensch, da freue ich mich aber, dass wir es geschafft haben und starten auch ganz rein gleich sofort. Wir haben heute lustige Themen vorbereitet. Wir sagen aber mal jetzt nicht schon wieder, wie sonst immer, was wir für Themen haben. Das könnt ihr einfach im Titel sehen. Lass uns loslegen. Okay? Okay. Gut. Ja, ich habe gehört, du hast das erste Ding mitgebracht. Ein Klassiker, so kann man es nennen. Und zwar habe ich jetzt angefangen, wieder Star Trek zu gucken, die alte Serie aus den 60ern. Und ja, also ich muss sagen, es hat irgendwie seinen Charme, aber die ersten Folgen, die ich geguckt habe, die waren gewöhnungsbedürftig. Weil das Problem ist, die sind alle mega lang. Also die sind fast eine Stunde lang. Ich glaube sogar eine Stunde lang. Und die Machart ist natürlich sehr altbacken. Und du hast diese schlechten Kostüme. Und die sind in den ersten Folgen auch noch nicht einheitlich. Und dann laufen die echt mit so einem ollen Pullovern rum. Und es sieht einfach, ja, die HD-Qualität sozusagen von heute tut dem Material nicht unbedingt gut. Auch wenn sie dann in diesen alten Kulissen rumlaufen. Und wenn sie dann auf einem Planeten sind und dann sollen da Felsbrocken sein. Und du merkst aber, dass es einfach nur aus Pappe ist. Und dann werfen sie sich auf den Boden und diese Dinger fliegen dann teilweise zur Seite und so. Ja, und Overacting natürlich auch. Aber es hat irgendwie auch seinen Reiz. Bei der wievielten Folge bist du jetzt? Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr in der Mitte der ersten Staffel. Es gibt drei Staffeln von der Originalserie. Und jede Staffel hat so, was weiß ich, 18 oder 16 Folgen oder sogar noch mehr. Ich glaube, ziemlich viele. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so genau. Klingt wirklich ziemlich viel. Ja, also kann man gucken. Ist auf jeden Fall interessant. Aber ja, vielen Dank. Das habe ich jetzt gebraucht. Was meinst du denn? Ich habe gerade nichts gehört. Ja. Und was ich sagen muss, was ich auch ganz interessant finde, ist, die haben anscheinend damals, als sie es im ZDF gesendet haben oder wo auch immer. Ich glaube, es war im ZDF. Noch nicht alle Folgen komplett so synchronisiert, wie sie heute auf DVD und Blu-ray erhältlich sind. Und deswegen sind manche Teile nochmal nachsynchronisiert worden mit den gleichen Sprechern. Aber die klingen dann komplett anders. Für einen kurzen Moment. Und dann hast du das Gefühl, was ist denn jetzt mit ihm los? Wie, die haben nur manche Teile davon nachsynchronisiert? Schwieriges Wort. Oder wie? Ja, wahrscheinlich wurden bestimmte Sachen für den deutschen Markt rausgeschnitten. Aus irgendwelchen Gründen. Okay. Die wurden einfach nicht synchronisiert. Und dann hat man sich gesagt, wir strahlen das nochmal aus. Wahrscheinlich war es wieder so eine Geschichte, dass es dann später bei RTL ausgestrahlt wurde, als es dann erfolgreich war oder so. Es gab es früher öfter mal. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das jetzt aber, wir wollen die ganze Folge senden. Und deswegen ist es dann eben nochmal nachsynchronisiert worden. Nur einzelne Passagen. Das hatte man bei Alien zum Beispiel, dem ersten auch. Wenn du da dir die erste längere Fassung anguckst auf Blu-ray, dann hast du also einige Szenen, wo dann eben auch wieder die Originalsprecher sind. Manche sind auch gestorben von den Sprechern. Dann ist es plötzlich ein anderer Sprecher. Also total seltsam, wenn man sich das so anhört. Ja, es ist dann doof, wenn es nicht so einheitlich ist. Ja, und es reißt dich komplett raus. Du merkst es. Aber bei der Serie bist du sowieso nicht, läufst du nicht Gefahr, dass du irgendwie zu tief reintauchst, weil du einfach alles siehst. Also du siehst genau, was sie sich dabei gedacht haben. Es gibt so geile Sachen. Zum Beispiel gibt es da so eine fleischfressende Pflanze oder irgendwie sowas. Und die ist einleitig einfach nur ein Typ, der oder eine Frau mit einem Handschuh. Und dieser Handschuh, der bewegt sich halt so. Was? Ernsthaft? Ja, oder es gibt so Tiere, die auf einem fremden Planeten sein sollten. Und das ist einfach nur ein Hund, dem so ein Hauern aufgesetzt wurde. Oh Gott, ich kenne diesen berühmten Ausschnitt, wo... Er kämpft, ne? Warst du überhaupt einen Schnitt, ne? Gegen diesen Echsen-Typen. Ja. Und du siehst eben ganz eindeutig, es ist einfach nur ein Typ mit einer feststehenden Maske, die jetzt nicht mehr irgendwelche Bewegungen im Gesicht zulässt oder dergleichen. Und dann hebt er noch diesen Stein hoch, der ganz offensichtlich einfach nur bemaltes Pappmaché ist. Und ja, also das wäre nämlich eine Gefahr gewesen. Oder was heißt Gefahr? Ein Grund, wo ich sage, das reizt mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, diese Serie zu sehen. Auch nicht mal aus nostalgischen Gründen oder so. Ich bin auch kein Trekkie. Aber dass ich sage, okay, du kommst wahrscheinlich einfach nicht rein, selbst wenn die Sachen gut geschrieben sind. Aber diese Aufmachung reißt sich eben komplett raus. Ja, du musst es mit einem gewissen Blick natürlich, der etwas wohlwollend ist, heutzutage gucken. Weil eigentlich so von dem, wie sie aussieht, ist sie unanschaubar, wenn man jetzt mit heutigen Maßstäben rangeht. Da ist jede YouTube-Produktion besser von der Ausstattung, sage ich jetzt mal so ganz böse. Na, sag das mal nicht. Nee, ist es auch nicht. Aber ja, was ich auch ganz interessant fand, was du gerade eben gesagt hast, von wegen gut geschrieben. Ich muss sagen, die ersten Folgen fand ich, eigentlich sind die ersten Folgen immer dasselbe Konzept. Also es gibt irgendwie eine große außerirdische Bedrohung, die ist eigentlich auch nicht zu besiegen. Also es ist nicht ein logischer Grund zu finden, wie man den besiegen soll. Und dann gibt es immer jemanden, der dann kommt, der diese Bedrohung wegnimmt oder dann doch irgendeine total hirnrische. Also es ist nie eine wirklich befriedigende Lösung des Problems, wenn dann zum Beispiel kommt ein Typ auf die Station, auf die Enterprise, meine ich, und der hat übersinnliche Fähigkeiten. Und am Schluss wird es nicht so gelöst, dass es eben, dass die Mannschaft zeigt, ja, wir sind clever genug oder wir können ihn überzeugen. Nein, die Leute von dem Typen, der übersinnliche Fähigkeiten hat, mein Gott, stotter ich gerade, aber diese Leute kommen dann eben und holen den ab. Und dann ist die Folge zu Ende. Wie, die kommen und holen den ab? Naja, die ganze Folge dreht sich darum, der macht jetzt irgendwelche schlimmen Sachen und kontrolliert das Schiff. Und dann kommen einfach die Leute, zu denen er gehört, und holen ihn ab. Und sagen, du kommst jetzt wieder mit uns mit, wir müssen woanders hin. Die sagen, genau, du hast hier genug Unheil angerichtet, es tut uns leid, dass er hier am Schiff war und so, dann ist die Folge vorbei, dann wird er mitgenommen. Und das ist das Rätsel's Lösung. Okay. Und du guckst aber vorher mindestens 45 Minuten, bevor diese blöde Lösung kommt. Und dann sind es, also auch so, das ist so ganz billig gemacht, einfach von den Reaktionsschnitten. Du siehst irgendwas und dann ist es wirklich so wie in solchen Verarschen von heutzutage. Die Kamera geht auf das Gesicht, zoomt ran und die Musik macht... Es ist einerseits herrlich, andererseits auch schlimm. Und was auch noch eine eigene Art ist, die wollte ich auch noch erwähnen. Die ersten Folgen sind halt nicht in der chronologisch richtigen Reihenfolge, wie sie gedreht wurden, gesendet worden. Sodass in den ersten, wie ich schon sagte, die Kostüme einfach immer wieder wechseln. Dann haben die mal alle grüne Overalls an, dann sind sie plötzlich so wie dann den Rest der Serie und dann haben sie mal wieder was ganz anderes an. Also so wie bei Scrubs, wo Dr. Cox auf einmal eine Glatze hatte und dann in der nächsten Folge wieder Haare und dann wieder eine Glatze. Ja, genau. Das war damals auch sehr verwirrend. Ja, und das haben sie irgendwie so gemacht und so ausgestrahlt. Du kannst es dir, glaube ich, auch in der chronologisch richtigen Reihenfolge angucken, weil sie ja auch immer die Sternenzeit ansagen. Aber ich achte überhaupt nicht auf diese Sternenzeit. Und ja, also wie gesagt, die Storys werden irgendwann besser. Die sind auch gar nicht schlecht geschrieben, aber du musst halt über all diese Schwächen hinwegsehen. Und vielleicht auch, ja. Hattest du denn noch eine andere Star Trek Serie gesehen? Nee, leider noch nicht. Also ich wollte da wirklich anfangen und mich durcharbeiten bis heute sozusagen. Da weißt du allein, wie viel Raumschiff Voyager hat, glaube ich, fast 200 Folgen. Also das dauert Ewigkeiten. Eigentlich will ich auch nur mal Next Generation gucken. Das reizt mich eigentlich am meisten. Und so Voyager und so habe ich irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Vielleicht kommt es aber noch. Aber da gibt es ja echt, das sind so viele, also du hast schon recht, das sind so viele Folgen. Ich weiß nicht, ob man das jemals schafft im normalen Alltag. Mal gucken. Kommt drauf an, wie dringend du einen Job später haben willst. Von daher, Hartz IV und der Tag gehört dir. Ja, gut. Nichts gegen alle von euch da draußen. Wir wissen nicht, ob Fans von uns Hartz IV beziehen. Das meinen wir natürlich nicht so. Es war jetzt eher so flapsig gesagt, weil er so gute Laune hat. Ja, ja, die Zynika schlagen wieder zu. Die Zynika von Why Not. Gut. Ja, irgendwas wollte ich dich jetzt noch fragen. Verdammte Axt. Ich habe es ja vergessen. Ich trinke mal einen Schluck und du darfst noch weiter überlegen. Ja, man sagt ja immer, wenn es wichtig ist, fällt es einem wieder ein. Aber scheinbar war es nicht wichtig. Ich glaube, ich wollte dich wirklich nur noch fragen, ob du irgendwelche von den Filmen noch gesehen hast. Also von den Älteren. Habe ich gesehen, ja. Auch noch Voyager-Shatter und so mitspielen. Ja, weil mich das einfach interessiert hat, so Science-Fiction-mäßig, die Thematik. Natürlich, da kommt man nicht dran vorbei. Habe ich angefangen, die Filme zu gucken und habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich jetzt an den Punkt komme, wo dann Captain Picard und so kommt, dann will ich eigentlich auch Next Generation gucken. Und bevor das kommt, will ich eigentlich die alte Serie geguckt haben. Deswegen gucke ich die nur. Also du hattest schon welche von den alten Filmen gesehen. Weil ich habe gehört, hast du den allerersten gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ich habe gehört, der soll unanschaubar eigentlich sein. Also auch vom Aufbau her. Kann ich, der ist nicht unanschaubar, kann ich nicht so bestätigen. Der hat seine Schwächen, der zieht sich auch in die Länge. Vor allen Dingen für Leute, die die Serie auch kennen, ist es ein bisschen anstrengend, weil der, glaube ich, also ich habe die Folge noch nicht gesehen, aber der hat genau dieselbe Story wie eine Folge aus der Serie. Nochmal einfach. Okay. Die haben da eine Menge Fehler gemacht, aber du kannst ihn dir auf jeden Fall angucken. Also der ist nicht schlecht, kann ich dir mal ausleihen, wenn du willst. Okay. Aber das Pacing wird ja wahrscheinlich auch in den Folgen dementsprechend langsam sein, weil ich meine, wir reden ja hier von den 60ern. Ja. Von daher, das waren ja noch einfach andere Sehgewohnheiten als heute. Auf jeden Fall. Du könntest, die komplette Geschichte könntest du in unter 30 Minuten erzählen meistens. Die wird immer so ein bisschen gestreckt und dann kommen so Sachen, wo du ganz genau weißt, das haben sie jetzt nur gemacht, damit sie auf die Spielzeit kommen und das ist, also sie haben wirklich richtig Durchhänger in der Mitte, wo du einfach darauf wartest, dass es jetzt mal zum Punkt kommt. Aber ja, andere Zeiten, andere Sitten. Ja. Die Story, warum sie dieses Beam reingebracht haben in die Serie, also Gene Roddenberry, das kennst du, oder? Den Hintergrund dazu. Ähm, erzähl trotzdem mal. Weil sie einfach nicht genug Geld hatten, jedes Mal ein Raumschiff zu zeigen, wie es landet und wieder losfliegt. Ja. Deswegen haben sie gesagt, wir beamen die halt runter, das kommt uns billiger. Und ja, dann hatten die aber später ordentliche Probleme, weil dieses Beam viele der Probleme einfach viel zu schnell gelöst hätte. Und deswegen haben sie dann irgendwelche Wege gefunden mit Nebeln und dergleichen, warum das Beam jetzt nicht funktioniert. Genau. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum bei den, hier, Donald Duck Comics, da, wie heißt das, Neues aus Entenhausen oder so, warum die da keine Handys und Telefone haben, weil einfach viele Probleme viel zu schnell gelöst werden. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir verzichten darauf. Ja, das ist halt immer so die Sache, wenn du in Science-Fiction-Filmen zu krasse Sachen machst, also auch übersinnliche Fähigkeiten oder so, du musst dir dann immer irgendwas ausdenken, warum das gerade nicht funktioniert. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Roboter hast, die irgendwelche Scanner haben, dann musst du jetzt sagen, die haben ein Material, ich kann meine Scanner nicht anwenden. Also man muss das einfach akzeptieren, wenn es dann in der Folge gesagt wird, es klappt nicht. Ja. Wusstest du, dass du beim Beam eigentlich nicht du als Person gebeamt wirst, sondern du wirst geklont, wenn du so willst? Ja. Okay, gut. Dann breite ich das jetzt hier nicht nochmal aus. Könnt ihr euch alle selber durchlesen. Das hat übrigens auch zur Folge, dass es möglich war in einer der Star Trek-Folgen, dass Kirk zweimal auftrat. Okay. Also, dass er einmal rübergebeamt wurde und dann wurde er nochmal rübergebeamt, also dass er zweimal auftauchte. Allerdings haben sie es dann wieder damit verbunden, dass er dann, dass seine Persönlichkeit aufgespaltet wurde, spalten wurde, sodass er dann eine ganz aggressive... Abgespaltet war richtig. Abgespaltet, ja, abgespaltet wurde. Mit T am Ende, ja. Gut. Das kannst du immer merken, dass N eben nicht, deswegen nicht ausgeschalten, sondern ausgeschaltet so ein bisschen in der Eselsbrücke. Ausgeschalten hätte ich auch nie gesagt, aber abgespalten... Oder war es da doch wieder mit N? Ich weiß es nicht. Es gab immer so eine Ausnahme noch. Ich hasse die deutsche Grammatik. Okay, abgespaltet, ja. Also, ihr wisst auf jeden Fall, wir haben beides gesagt, ihr könnt euch das Richtige Zerteilt. Ja. Und... Separiert. Eine böse Seite von ihm, der war halt der, der... Ich bin Captain Kirk. Und dann hat er wirklich so geguckt und... Und dann hat er... Und dann sind sie dann runter und haben ihn gejagt und der andere wurde immer schwächer und hat er... Ja, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin Captain Kirk. Okay. Gut. Genug zur Serie, ihr habt verstanden, worum es geht. Ja. Jetzt reden wir doch mal über einen Film, den wir beide geguckt haben. Ich erst vor wenigen Minuten, naja, wenigen Stunden. Ach, du hast ihn heute erst gesehen? Ja. Okay, dann hast du natürlich einen großen Vorteil mir gegenüber, weil wir reden jetzt natürlich über Big Lebowski, hoffe ich. Ja, richtig. Okay, Big Lebowski. Big Lebowski, der ja bei mir schon ein paar Wochen her ist, weil ich den damals geguckt habe und dann kam wieder der Christian, wie er so ist. Ja, nee, ich will den auch noch gucken und lass es mal nach Rinden verschieben. Ey, ich kenne so einen Hals auf dich. Weißt du, wie viele Sachen ich hier schon geguckt habe? Es stapelt sich und wenn wir dann dahin kommen, dass wir das mal aufnehmen, ist es schon wochenlang her. Ich habe mich schon mit irgendwas Neuem beschäftigt, was dann präsent ist im Kopf, dass ich hier rüberkomme wie der letzte Dödel. Ich bin eigentlich super intelligent, aber in dieser Serie, du machst mir alles kaputt. Alles. Ja, aber es sind meine Dödel. Gut, für Big Lebowski. Ja. Soll ich anfangen oder? Ich habe das Gefühl gehabt, als wir darüber gesprochen haben, dass wir ihn reinnehmen in die Sendung, hattest du irgendwie eine Erwartungshaltung, wie ich den Film vielleicht finden könnte. Hatte ich dir das erzählt, echt? Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast, aber ich hatte das Gefühl, dass du es eben hast. Dass du irgendwie gedacht hast, ja, wie Christian den Film so findet, ich bin mal gespannt, so das und das, wie ihm das gefällt. Gab es sowas? Wie gesagt, es ist so lange her. Es kann sehr gut sein, weil wir haben ja auch gemerkt, bei Komödien ist es öfter mal der Fall, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und vor allem, wenn man dir das eben ankündigt, das hast du ja auch schon selber gesagt, dass es eine Komödie ist. Das ist lustig. Dann bist du so, nee, jetzt lache ich aber nicht. Es ist mir kackegal, ob ihr mich zum Lachen bringen wollt. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Und ja. Deswegen kann es sein, dass ich da so einen unterschwelligen Ton hatte, so mal gucken, ob ihm das gefällt. Vielleicht war es auch einfach nur Neugier, dass ich eben wissen wollte, gefällt es dir oder nicht. Weil Komödien bei dir ist wirklich eine Wundertüte. Ja. Und auch nicht nachvollziehbar. Es ist einfach wahllos. Also was ich sagen muss, ich habe ja auch Burn After Reading geguckt von den Coen-Brüdern. Und der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dieser Film hat mich auch wirklich, also ohne dass ich jetzt bewusst drüber nachgedacht habe, hat mich sehr an die Machart des Films erinnert. Okay. Ich muss sagen, Burn After Reading fand ich okay, hatte seine Momente auf jeden Fall. Aber die Grundstory hat mich nie gepackt. Und ja, aber so ein bisschen zieht sich das auch wie ein roter Faden durch die Coen-Brüder-Geschichte, merke ich gerade. Also wenn sie eine Komödie machen. Weil bei Wibig-Lewowski, 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 oh Gott, Wibig-Lewowski, da ist die Story ja an sich eigentlich auch fast nebensichtlich. Also es ist ja wirklich ein Kultfilm par excellence, was sich eben meiner Meinung nach dadurch auszeichnet, dass du möglichst skurrile Situationen und möglichst abgedrehte Charaktere hast, die du eben abfeiern kannst. Eben Catchphrases die ganze Zeit. Genau. Und es geht eigentlich wirklich nur darum, diese Charaktere in eine Situation nach der anderen zu bringen, wo man eben einen Witz draus ziehen kann. Was da an der Story wirklich passiert, ist eigentlich nebensächlich. Ich habe auch niemanden gehört, der jetzt gesagt hat, Wibig-Lewowski, Wibig-Lewowski, ich bin immer bei Le... Keine Ahnung warum. Wibig-Lewowski, ich habe früher wirklich gedacht, dass es Wibig-Lewowski heißt und dann ging gegoogelt so und auch mit Wibig-Lewowski, der hässt doch gar nicht Wibig-Lewowski. Egal. Vielleicht warst du in Frankreich, als der Film rauskam. No, oui. Je suis Wibig-Lewowski. Jérôme, Jérôme. Ossine, nicht mich. Nee, wo war ich jetzt? Ach ja, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, das wäre jetzt so die mega krasse Story, die total packend wäre, sondern es geht wirklich immer nur um den Dude und er ist halt der Dude und ja. Okay, lange Rede gar keinen Sinn. Wie fandest du jetzt den Film? Jetzt interessiert es mich. Ich fand ihn durchaus anschaubar, aber ich muss sagen... Das ist Star Trek auch und das heißt nichts Gutes. Er war schon besser als Star Trek, kann ich schon zugeben, aber ich hatte so ein bisschen, also dieser Coolness-Faktor, dieser Kult-Faktor, der ist bei mir irgendwie nicht so schnell angekommen. Ich hatte irgendwie so, ja, die ganze Zeit sagt er, ich bin der Dude und der findet sich total cool und anscheinend wollen die auch, dass man die cool findet und dass man die total lustig findet und das hat halt echt gedauert. Also so nach zwei Dritteln des Films fand ich es dann auch ganz cool. Am besten hat mir das eigentlich dann so gefallen, ja, als es schon fast vorbei war. Da war ich halt drin, aber... Okay, bei mir ähnliche Gefühlslage, wenn es sich auch anders ausgeprägt hat, weil ich fand es am Anfang wirklich, als ich in den Film reingegangen bin, ich habe den gesehen das erste Mal, da war ich 15 oder 16 und da konnte ich mich noch daran erinnern. Ich fand vieles ziemlich lustig, aber den Film an sich, naja, den fand ich jetzt nicht so packend. Und genau dasselbe Gefühl hatte ich jetzt, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Ich bin reingekommen in den Film und war eben am Anfang ziemlich geflasht, so von wegen, boah, ist das alles lustig und hey, der Dude ist ja ein echt cooler Typ. Aber bei mir war es nämlich genau andersrum, dass es sich irgendwann einfach erschöpft hatte, dieses Abgekohlte vom Dude, weil er ist halt der Dude und er ist so cool und irgendwie, der Dude ist keine komplexe Figur, die, würde ich sagen, mich nicht die ganze Zeit überträgt. Er hat eben manchmal seine Momente, wo er dann bei der Geldübergabe so, ja, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wie? Was heißt hier wir? Weil er ja alleine kommen sollte. Und er so, oh fuck. Naja, weißt du, ich und der Fahrer halt. Und das waren so ein paar Momente, die er wirklich noch hatte, aber an sich, es gab auch so viele Momente, wo ich genau gemerkt habe, okay, das soll jetzt lustig sein, wo zum Beispiel er bei Julian Moore ist und David, die Feministin, genau, und David Fulis saß, ich hoffe, man spricht ihn so aus, saß im Sesse, der Professor Lupin, der Schauspieler von Lupin, genau, bei Harry Potter gespielt hat. Gesprochen von Spongebob-Sprecher. Ach. Ne, siehst du, der arme Kerl wie der Santiago Ziesmann wird nur mit Spongebob in Verbindung gebracht. Ne, der hat ihn gesprochen, was ich schade fand, weil er spricht ja normal. Ja, kann ich die Szene noch kurz zu Ende erzählen? Ja, okay. Er saß ja dann in diesem Sessel David Fulis und die haben dann einfach von einer Sekunde auf die andere irgendwie angefangen hysterisch zu lachen, also er und Julian Moore, weil sie da irgendwie einen Anruf bekommen haben und du hast nie verstanden, warum lachen die jetzt, aber es sollte eben unfassbar lustig sein, dass sie jetzt anfangen zu lachen. Und ich saß da so, okay, jetzt könnt ihr mal zur nächsten Szene kommen. Und ja, gut, erzähl erstmal deine Santiago Ziesmann, sorry. Ja, der spricht ja normalerweise den Steve Buscemi, wie wird der ausgesprochen? Steve Buscemi, Buscemi, ich hab keine Ahnung. Steve Buscemi sind ja nicht die meisten. Ja, den spricht er jedenfalls auch oft und das fand ich total seltsam, dass sie ihn nicht für die Rolle gecastet haben, sondern für diese andere Rolle. Aber natürlich hatte Steve Buscemi, dessen Name nicht genannt werden darf, halt einfach irgendwie eine, also ich fand es schade, dass er so eine kleine Rolle hatte. Ich hab hell gedacht, dass sie daraus noch was machen. Da war irgendwie wirklich so das dritte Rad am Wagen. Ja. Was, natürlich war es immer wieder lustig, wenn dann der Water zu ihm gesagt hat, halt die Fresse. Halt die Fresse und so, ja. Halt die Fresse, Donnie. Und was ich auch interessant finde, in der deutschen Version sagen sie ja auch immer bekackt und so, ne, das ist ja im Original, ich glaub, irgendwie mit Fuck immer in Verbindung. Das ist wahrscheinlich. Aber das sind sie dann für das Deutsche bekackt und, ja, ich muss sagen, auch wie gesagt, also Jeff Bridges, ich fand die Rolle einfach, ja, die war unterhaltsam, keine Frage, aber irgendwann hatte sie es einfach erschöpft. Worüber ich mir den Arsch abgelacht habe, war John Goodman als der Water. Das war, oh, wirklich jede Szene. Der musste einfach nur wieder anfangen als dieser cholerische Typ und ich konnte nicht mehr. Also das war großartig. Der hat mir auch recht am besten gefallen. Ja, und auch dieses mit der Waffe, mit ich war in Vietnam und so die ganze Zeit, Hammer. Also das ist ja nicht ohne Grund ein Meme und überhaupt immer noch populär. Also das ist einfach eine der besten Szenen wahrscheinlich überhaupt und, ja, Hammer. Ja, ich hab auch viel über die Synchronisation nachgedacht. Also wir haben jetzt schon gerade über Santiago Cisma gesprochen und der wird ja von der, der Goodman, wie heißt er nochmal mit vorne? John. Meine Güte. Johnny Ball. John Goodman. Oh, Johnny. Ich wollte gerade Saul Goodman sagen. Also John Goodman wird gesprochen von Helmut Kraus, der ihn nicht immer spricht, aber da hat er richtig, richtig gut gepasst, finde ich. Absolut. Und auch meiner Meinung nach von den Sprechern im Film, auch wenn jetzt Joachim Tenstedt als Jeff Bridges auch nicht schlecht war, muss ich sagen, ich fand wirklich diese Rolle eben von John Goodman einfach perfekt, auch im Deutschen sehr gut. Wie gesagt, die Rolle ist auch die beste im Film einfach. Also dieses Gib mir bis drei und ich besorge dir ein C. Das ist selbst, als ich den mit 15, 16 gesehen habe, trotzdem immer noch hängen geblieben, obwohl ich alles andere vom Film sonst fast vergessen habe. Aber wirklich diese eine Szene, wie er da auch so souverän, ja, die haben die nicht entführt und da, wer sich auch so scheiße aus dem Auto abräut, da könnte ich mich jedes Mal stundenlang drüber beömmeln. Also der Typ war wirklich der Hammer in dem Film. Ja, der mit dem Schabbat, ne? Ja. Der hat den Schabbat nicht ausfahren darf und so. Ja, der Typ ist einfach, das war die eigentlich interessante, die gute Rolle, die den ganzen Film über auch gut war. Und der Dude, wie gesagt, es hat sich irgendwann einfach erschöpft. Ich fand es dann, ja, es war jetzt so ein Kultding, aber naja. Und wie gesagt, die Handlung an sich, ja, es wirkte für mich auch irgendwo, als wenn die Macher selbst die Handlungen nicht wichtig finden. Weil dann ist ja am Ende Sam Elliott als der komische Fremde, der dann auch noch sagt, ja, das war jetzt die Geschichte vom Dude und wir haben jetzt eigentlich so alles erzählt und es wirkte einfach nur so wie ein Schwenk aus dem Leben, der jetzt eigentlich keine große Bedeutung hatte, obwohl er ein Kind scheinbar hat am Ende. Und ja, auch diese Bowlingsache, du erfährst nie, sie bauen eigentlich diesen Jesus zu so einem Übergegner auf, aber wie das dann ausgeht, ist auch vollkommen egal. Wo natürlich, verstehe ich auch, wenn manche das abkulten und sagen, hey, hammergeil, dass sie das eben nicht gemacht haben, aber irgendwo wirkt es trotzdem so, als wenn ihnen die Handlung einfach nicht wichtig wäre. Also wenn es wirklich nur darum geht, wir machen jetzt eine coole Situation nach der anderen und das steht im Vordergrund. Aber dafür muss ich dann auch wieder sagen, es ist zu viel Raum für die Handlung eingenommen. Also was ich gut finde daran, wie sie es gemacht haben, ist, dass man wirklich denkt, okay, sie müssten es jetzt eigentlich so erzählen, aber es wird dann trotzdem so, wie wenn man einen Gedanken einfach abbricht, den man hat. So wie der Charakter halt auch vielleicht manchmal erzählen würde, der Dude. Wenn er was mal erzählt und dann fällt ihm was anderes ein und dann macht er das halt nicht mehr weiter, hat er einfach vergessen. Ja. So diese Art und Weise. Auf jeden Fall, es ist ein sehr ungewöhnlicher Aufbau, keine Frage. Und deswegen, das wird wahrscheinlich viele dann auch fesseln, aber ich fand es auch lustig zwischenzeitlich, also dass sie das eben nicht so bewusst gemacht haben, wie ein kleiner Nachgeschmack, wo ich eben sage, ja, die Handlung, die hat jetzt sehr viel Raum bekommen, aber so wichtig war sie ja eigentlich nicht. Von daher. Ja, es war halt irgendwie einfach ein nettes Gedankenspiel oder irgendeine Geschichte, der man halt wie der Typ halt dann auch am Ende sagte. Ich fand es ganz lustig und freue mich, dass ihr dabei wart und so. Ja. Zwing hat er noch. Aber was ich echt cool fand, das wollte ich noch dazu sagen, der letzte Shot, also diese letzte Einstellung, war ja ein One-Take, also er kommt so an, bestellt dann diese zwei Biere, unterhält sich noch mit dem, dann geht er weg und der erzählt dann noch seinen Monolog und dann wirft noch jemand diesen Strike eben. Das war ja alles ein One-Take und das fand ich schon, also als, ah, mein Handy wieder. Du lernst es auch nie. Als mir das dann klar geworden ist, so, das ist ein One-Take und das geht immer weiter, dann fand ich das plötzlich richtig cool, weil alles gepasst hat, also der Kameraschwenk war perfekt, wie die alle gespielt haben, war einfach auf den Punkt und dann der Typ, der auch den Strike noch geworfen hat, das muss man ja dann am Ende auch noch schaffen. Ja. Kennst du das bei Scrubs hatten dieses Mal, ich bringe ja schon zum zweiten Mal Scrubs in diese Folge, wo sie am Anfang auch so ein One-Take-Shop einmal hatten, wo die, in der ersten Staffel war das glaube ich sogar noch, wo sie ihre eigenen Assistenten zugewiesen bekommen, wo er diesen Typen hat mit den fettigen Haaren, der so ein bisschen aussieht wie Maguire, fand ich immer. Und da ist ganz am Anfang auch eine Sequenz, wo Turken Basketball zugeworfen wird und er macht dann halt einen Wurf in den Korb aus einer ziemlich großen Distanz und macht ihn rein. Ja. Und die mussten das ewig lange wiederholen, bis er wirklich diesen Wurf in den Korb versenkt hat. Und als er es dann zum ersten Mal hinbekommen hat, hat er sich so gefreut, dass er den Take nicht weitermachen konnte. Und deswegen mussten sie dann nochmal so lange warten, bis er es ein zweites Mal hinbekommen hat. Aber gut. Aber das muss man auch erstmal bringen. Also ich meine, es gibt auch Mittel und Wege, sowas zu faken. Normalerweise sieht man die Flugbahn des Balls dann nicht, aber... Ja. Oder bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist es ja auch gewesen, wo er dieses Paket hinter seinen Rücken in den... Oder über seinen Rücken... Ne, über die Schulter sagt man. In diesen... Entschuldigung. Über die Schulter in den Mülleimer werfen wollte. Haben sie ja auch ewig lange gebraucht. Gut. Ne, abschließend zu The Big Lebowski. Diesmal mit richtigem Artikel. Ich finde, es war... Es ist ein zu Recht ein Kultfilm. Die Cone-Brüder auch großartige Regisseure. Also deswegen, was du auch gesagt hast mit dem One-Take-Shot, ist da alles gepasst. Du merkst eben, das sind Jungs, die haben es wirklich drauf. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich fand, es war ein guter Film, aber so ganz den Hype, den kann ich nicht verfolgen. Ja. Muss ich sagen. Viele interessante Ideen, aber jetzt nicht einer, der... Ja, außer Water, den hab ich ohne Ende. Ja. Was? Also keiner unserer Top-Filme, kann man vielleicht mal so sagen. Das wird's nicht, nee. Water würde einer der Top-Figuren sein. Aber ja, gut. Okay. Genug Leute verprellt, genug beleidigt, genug Hass produziert. Kommen wir zum dritten Film, Contact. Genau, zum letzten Film für heute. Sollte man sagen, Contact von 1995, der Spielfilm. Es gab noch einen anderen, ich hab's bei Wikipedia kurz... Es gibt auch noch eine Doku von 2002, nee, wir reden über den Film von 1995, mit Jodie Foster und nicht Julian Moore. Ich hatte dich noch, als du mir gesagt hast, wir machen Contact, hatte ich noch gesagt, ach, es ist doch der mit Julian Moore. Weil ich, das kann ich mal ansagen an der Stelle, ich mag Jodie Foster nicht. Ich finde, das ist keine gute Schauspielerin. Ich krieg schon wirklich einen Hals, wenn ich die sehe eigentlich, weil ich ein Frauenhasser bin. Nein. Aber Julian Moore mag ich als Schauspielerin. Deswegen war es aber eigentlich wahrscheinlich einfach der Wunschvater des Gedanken, weil ich das Schauspiel in dem Film noch nicht negativ im Kopf blieb. Deswegen dachte ich, ach, das muss ja Julian Moore gewesen sein und nicht Jodie Foster. Weil ich hab die früher sehr oft verwechselt. Und ja. Gut. Genug Schwenk aus meinem Leben. Genau. Jodie Foster und Matthew McConaughey, oder wie er gesprochen wird. Mein Mitbewohner hat immer Matthew McConaughey gesagt. Fand ich sehr lustig. Manche sagen auch Matthew McConaughey. Ich weiß nicht, ob man das so sagen muss. McConaughey. Könne ich auch noch. McConaughey. Ja, weil er wird ja eigentlich so beschrieben. Matthew McConaughey. Mit Hay. Aber ja. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. So. Und der Film, als ich nochmal, also den hatte ich geguckt, hab nicht gewusst, wer jetzt der Regisseur ist. Hab nicht drauf geachtet, auch im Vorspann, wenn es sowas gab. Doch, gab es einen Vorspann. Aber wurde es, glaube ich, gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls Robert Zemeckis. Zemeckis? Wie wird er ausgesprochen? Zemeckis sagen manche, aber das ist... Nee, Zemeckis. Einfach schnell drüber weggehen. Der hat ja auch Castaway gemacht, ne? Ja, mein neuer Lieblingsfilm. Kann ich jetzt schon sagen. Auf Platz 1 der Bestenliste Castaway. Und ich finde, man hat es echt gemerkt. Es gab so viele Momente, wo ich einfach dachte, Leute, muss man das jetzt so machen? Muss da dieses Klavier kommen? Müssen sie jetzt das sagen? Muss die Figur genau in dem Moment kommen? Muss jetzt dieser One-Liner kommen? Es war einfach so ein amerikanischer Schnulzfilm teilweise. Trotzdem mochte ich ihn total gerne. Und es gab so Szenen... Also, ich muss vorneweg sagen, sobald ich weiß, ungefähr, was mich bei dem Film erwartet und in welche Richtung er geht, dann verliert er von vornherein für mich irgendwie. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Also, gerade bei solchen Science-Fiction-Filmen, wo irgendwie klar ist, ja, sie landen dann auf dem Mars oder sowas. Wenn ich dann das vorher weiß, dann warte ich einfach nur noch, bis sie auf dem Mars sind. Hier wusste ich aber überhaupt nicht, was passieren wird. Also, ich wusste dann am Anfang, okay, Contact, es geht anscheinend um dieses Mädchen, bla bla bla. Aber mir war nicht klar, in welche Richtung das geht. Und am Schluss nimmt das Ganze ja irgendwie auch eine Wendung, die, ja, vielleicht... Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich durchziehen und dann diese Begegnung sozusagen tatsächlich zu sehen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Vor allem, dass sie ja dann noch diesen Twist, sage ich mal, bringen. Also, dass du eben die eine Vermutung hast und am Ende stellt sich dann noch mit einer Andeutung heraus, dass es doch wahrscheinlich ganz anders war. Und, ja, war ein cooler Twist in dem Moment. Ja. Also, war ein cooler Twist in dem Moment, muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ein Gänsefüßchen packen. Nee, vor allem, weil der Film, ich habe den vor ewigen Zeiten wieder gesehen. Das ist die alte Leia. Diesmal nicht, weil du gesagt hast, ich will den noch unbedingt sehen. sondern es war wirklich, den habe ich auch mit 17 oder so gesehen, irgendwie einfach mal an einem, lief zufällig im Fernsehen. Ich habe reingeschaltet und, ja, eins der ersten Bilder war Hitler, da bin ich hängen geblieben. Nein. Nein, oh Gott. Ja, aber... Aber man muss echt sagen, auch weil du jetzt Hitler angesprochen hast, es gab echt viele coole Ideen. Und ich war teilweise wirklich gefesselt von dem Film. Der hatte eindeutig seine Längen und... Das hat jetzt irgendwie so ein Untertum. Ja, ja, Hitler, coole Ideen. Das ist so irgendwie gedanklich ein und dasselbe. Nee, aber wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, dass da was mit... Also, es geht darum, Hitler wurde ja übertragen bei den Olympischen Spielen im Fernsehen. 36, genau. Und diese Fernsehübertragung war eine der ersten, die so gesendet wurde ins All. Und dass sie das so aufgegriffen und damit gearbeitet haben, bin ich, ja, weiß ich, was du meinst. Und deine Meinung. Und was daraus dann erwächst, fand ich sehr spannend. Es gab dann... Also, was ich wirklich sagen muss, ich habe den Film mir deswegen gekauft auf Blu-ray, ohne ihn zu kennen vorher. Weil... Danger, danger. Weil wir Interstellar geguckt hatten zusammen. Nee, wir nicht zusammen. Nee, habe mich auch gekauft. Ich habe erst mal Ja gesagt, ohne... Naja, haben wir zusammen geguckt. Nein, haben wir nicht zusammen geguckt, aber wir haben drüber geredet sehr viel. Und da spielt ja Matthew McConaughey eine sehr wichtige Rolle. Und ich wollte ihn einfach nochmal sehen, weil der Filmname Contact ist ganz oft gefallen. Weil die Thematik offensichtlich irgendwie bei vielen Leuten ähnlich war im Kopf. Ich dachte, der geht mehr in diese Richtung. Ich dachte ehrlich gesagt, sogar der Film ist der gleiche Film wie Interstellar, bloß auf einer anderen Ebene. War es aber nicht. Nee, nee, also es ist natürlich die gleiche Thematik im Groben. Aber ein Film, der von einer vollkommen anderen Richtung her herangeht. Und sich ganz anders erzählt und ganz anders aussieht und ja. Auch andere Themen aufgreift, als es Science-Fiction-Filme häufig haben. Eben, dass sie so der Religion auch so viel Platz einräumen. Richtig, ja. Das macht nicht jeder Science-Fiction-Film. Also, weil es eben um Science geht. Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich halt diesen Film gucken wollen. Und vor allen Dingen gibt es auf dieser Blu-Ray auch eine komplette Tonspur nur mit der Filmmusik. Wahnsinn. Was ich sehr interessant finde und mir angucken wollte. Leider fand ich die Filmmusik jetzt nicht so doll. Aber, ja. Sie klingt halt eins zu eins wie, mein Name ist Forrest Gump. So. Also nicht eins zu eins, aber sie ist halt vom selben Komponisten und der hat so dieselbe Stimmung. Und die Musik ist an sich cool, aber sie ist halt so, du bist Deutschland-mäßig die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Eine politische Ansprache in einem Film verpackt, oder was meinst du? Nein, ich weiß, was du meinst. Aber weil du bist Deutschland, wurde ja die Musik von Forrest Gump verwendet. Das ist, ja, also das ist wahrscheinlich auch wieder so Mainstream-mäßig, genau wie mit Robert Zemeckis eben. Richtig. Und dann gibt es eben Szenen, wo sie dann sagt, ja, mein Vater. Und dann kommt das Klavier und macht, pling, pling. Und dann denkt man, oh, muss man das immer so machen? Wenn Traurig ist, müsste jetzt das Klavier kommen und dann kommen die Streicher und so. Aha. Oh, ist das gerade, das geht mir so zu Herzen. Guck mal da, eine Sternenschnappe. Sowas kann ich nicht leiden. Das ist einfach zu viel dann in dem Moment. Gut, jedenfalls habe ich mir deswegen den Film gekauft. Ah, nein. Endlich, dass ich diesen Moment noch erleben durfte. Ich glaube, ich habe jetzt auch hemmungslos das Mikro übersteuert, aber... Verdammt, nochmal, ich bin der Beste. Das war es wert. Eine Frage habe ich noch, weil ich habe mir die Handlung nochmal durchgelesen, bevor wir jetzt angefangen haben mit Contact, weil, wie gesagt, das ist Ewigkeiten her. Diesen Satz sage ich irgendwie ziemlich oft, seit wir hier angefangen haben. Ja, wie dem auch sei, und zwar habe ich in der Handlung gelesen, dass McConnery spielt hier einen Schriftsteller, Palmer Joss heißt der, habe ich mir extra aufgeschrieben. Du hast McConnery gesagt. Ich weiß, mit Absicht. Ich habe es mir hier in Klammern geschrieben, weil ich es lustig fand. Deswegen habe ich es jetzt gesagt. Ach so. Ja. Kickversorgt. Nee, war ja okay. So, und zwar, der macht ja mit, also wird ja ausgewählt dann, wer in diese Maschine steigen soll und bla bla bla. Und wer der Auserwählte ist. The Chosen One. Warum hat er da was zu bestimmen? Er ist doch nur irgendein Schriftsteller. Also, wie kam er in dieses Komitee? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, er ist ja eigentlich so ein Geistlicher, der halt Theologie studiert hat und er wurde dann zum Berater. Ach, deswegen stand er auf Pater, in Anführungszeichen. Ich habe mich schon gewundert. Ah, okay. Jetzt ergibt vieles mehr Sinn. Und er ist dann eben Berater im Weißen Haus geworden. Und die haben das nicht so wirklich erklärt, aber haben gesagt, er ist immer anwesend und... Du hast erwartet, dass ich jetzt lache und dann musste ich natürlich auch irgendwie schmunzeln. Du hättest es auch gekonnt überspielen können. Ich hätte es trotzdem lustig gefunden. Ist er eben dazu da, den Präsidenten zu... Also, das fand ich ganz cool, zu beraten, um den Satz zu beenden. Das fand ich ganz cool, dass die dann auch Originalaufnahmen von Bill Clinton hatten. Wo es ja noch zu viel Stumpen gab vom Weißen Haus, habe ich auch gelesen bei Wikipedia. Und CNN wurde ja auch gezeigt, ne? Und das durften sie dann später auch nicht mehr machen in anderen Filmen. Ja, also der Typ hat sich eben... Also, sie haben ihm ja natürlich die Erlaubnis gegeben, den CNN-Moderatoren. Die haben es ja nicht einfach guerillamäßig gemacht. Oh, wir machen jetzt einen Film mit. Ja. Aber er hat dann eben im Nachhinein gesagt, dass es... Was ich auch nicht ganz verstanden habe, dass CNN da irgendwie bearbeitet wurde von den Filmmachern oder so. Der Eindruck, hätte sich aufdrängen können. Und ich weiß nicht, was er da jetzt so meinte. Also, vielleicht von wegen Berufsethos, Partei ergreifen und so. Keine Ahnung, aber... Ja, also, du siehst es ja immer wieder in irgendwelchen Filmen, die auf RTL laufen, die von RTL finanziert wurden, dass sie es unheimlich cool finden, dass sie dann RTL-Moderatoren zeigen, die dann die Nachrichten vorlesen, damit es halt echter wirkt. Aber mir ist das persönlich einfach nicht so wichtig. Ich fand es dann in dem Moment ganz cool. Das ist ein Gimmick, ja. Ja. Aber Jay Leno ist ja, glaube ich... War das der? So ein Late-Night-Moderator hat dann halt auch so ein paar Witze gerissen. Und es wirkte halt alles ziemlich echt, sodass man denken konnte, es wäre wirklich im amerikanischen Fernsehen gelaufen. Ja. Gut, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich zur Blu-ray erzählen wollte. Ich habe mir den jedenfalls gekauft, ohne davon zu wissen. Und in der Gewissheit, dass es irgendwie was mit Interstellar zu tun haben könnte. Aber er hatte so seine Momente von Sands of Wonder, sage ich jetzt mal so, dass du denkst, wow, was passiert denn jetzt? So, als sie dann in diesem Stuhl saß und das dann so wackelte und sie dann gemerkt hat, oh, jetzt kann ich mich abschnallen und dann wackelt es nicht mehr. Und dann kommen plötzlich so bestimmte Bilder und dieser Flug durch Tunnel und so weiter. Das fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Das hat mich gefesselt. Das fand ich unerwartet, auch wenn es jetzt im Nachhinein nicht besonders eine kreativ-hochtrabende Entscheidung war. Aber ich fand es gut. Vor allem, das hast du ja schon 2001. Eben. Odisee im Weltraum. Das ist nochmal genau das Gleiche. Das ist ja auch diese Stargate-Szene. Ja. Also ich weiß nur noch von dem Film, dass ich ihn gut fand. Ich habe ihn auch mit einer 7 bewertet. Aber mir haben eben, also ich fand ihn gut gemacht. Er hatte ziemlich coole Ideen, wie er da herangeht. Auch auf eine erfrischende Art. Er macht das ja auch sehr, sehr ausgiebig. Ich meine, er hat eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden. Aber irgendwo hat mir dann im Endeffekt doch noch was gefehlt, wo ich sage, ja man, das war ein Meilenstein. Also, oder was heißt Meilenstein? Aber es war wirklich ein sehr, sehr guter Film. Also, ich weiß nicht, ob es sich gezogen hat zwischenzeitlich. Ich müsste ihn 100 pro nochmal sehen, um das jetzt detaillierter sagen zu können. Aber ja, es war in meinen Augen rückblickend ein guter Film. Mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin deiner Meinung, ich würde dem Film auch eine 7 geben, weil eine 8 auch einfach, die Sachen, die mich gestört haben, waren dann zu viel. Also, es war wirklich kein 8er Film für mich. Aber es war jetzt auch ein 7,5er Film, wenn man... Ja, es war wirklich eine gute 7. Ja, genau. Richtig. Und was ich noch sagen wollte, um mein Image ein bisschen aufzupolieren, es gibt ja diese Kinderdarstellerin, die Jodie Foster in jungen Jahren spielt. Warte mal, wie heißt die? Ich habe es hier gerade offen. Jenna Malone. Hatte ich vorhin noch gesehen, habe ich noch gedacht, ah cool, dass die das gespielt hat. Weil die hat ja dann auch bei Donnie Darko mitgemacht und hier jetzt bei den Hunger Games. Und ja, deswegen kannte ich die noch vom Namen her. Und die fand ich sehr cool. Also, nicht, dass es heißt, ich finde alle Kinderdarsteller generell blöd, weil das vielleicht durch die Walking Dead-Folge so wirkte. Die fand ich richtig, richtig gut. Also, hammermäßig gut. Wie fandest du Merv bei Interstellar? Wer war das nochmal? Merv? Der Sohn, ne? Merv? Ach nein, oh Mann, ist das gerade peinlich. Ja, natürlich, die Tochter, die fand ich auch gut. Okay. Aber die fand ich nicht so gut wie sie jetzt. Okay. Ist vielleicht jetzt auch, kann man vielleicht nicht vergleichen, ich weiß es nicht. Ich kann es vor allem nicht vergleichen und bewerten, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern konnte, dass Jenna Malone da als Tochter, äh, kleines Mädchen mitgespielt hat. Ist das auch schon länger her, dass du den Film geguckt hast, oder? Eine Ewigkeit. Gut, als letztem Themenpunkt wenden wir uns jetzt einem kleinen Schmankerl zu, wie man bei uns in Bayern sagt. Ha, keiner von uns kommt aus Bayern. Ja, war richtig schlecht, oh Gott. Ich fange jetzt nicht nochmal neu an. Und zwar sanft und sorgfältig. Wir hatten es schon ein paar Mal angekündigt. Und wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, okay, die Jungs, die hängen ein bisschen durch, was die Quote angeht, wo wir natürlich gar keine Probleme haben. Und deswegen haben wir gedacht, wir pushen die jetzt einfach mal, indem wir es hier erwähnen, indem wir unseren zahlreichen Fans eben sagen können, Leute, da ist was, da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Das könnte euch auch gefallen. Und ja, ich glaube, der Jan und der Olli, die sind uns auch sehr dankbar dann. Ja, ich glaube auch, das wird sie sehr freuen. Deswegen machen wir es gerne. Genau. Ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Willst du es sagen? Soll ich es sagen? Gleichzeitig? Lass es uns gleichzeitig sagen. Nee, warte mal. Ich sage das eine Wort, du sagst das andere. Und das in der Mitte sage auch ich. Sanft und? Sorgfältig. Mit Jan. Olli Schulz. Mit Jan Böhmermann. Genau. Das war andersrum. Erst Olli Schulz. Ja. Olli Olbert Schulz. Mit Jan, Janni Böhmermann. Ja, genau. Wir waren, wir wollten das Thema hier mal drin haben. Und als wir jetzt zu dem Thema kamen, dass wir das Thema jetzt reinnehmen. Ich habe jetzt so oft Thema gesagt. Nee, da haben wir uns gefragt und beide angeguckt. Und wer hatte jetzt eigentlich nochmal die Idee gehabt, von uns beiden über dieses Thema zu reden? Ich glaube, das kam eher von dir. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, wir waren gerade beim Thema Moderationstalente. Und da ist dir eingefallen, dass man die beiden eben auch mal erwähnen könnte. Genau. Also ich bin immer ziemlich überrascht, weil ich mag die Arbeit von Jan Böhmermann im Speziellen sehr, sehr gerne. Auch sanft und sorgfältig natürlich. Aber eben auch das Neo Magazin oder jetzt Neo Magazin Royale. Und empfehle das immer wieder anderen Leuten. Oder wenn sich halt eine Situation anbietet, dann bringe ich halt einen Gag von denen. Aber sag dann natürlich, dass es von denen ist. Keine Frage. Ich mache ja keinen Gag-Klau oder so. Ich bin nur kreativlos genug, um eben darauf angewiesen zu sein. Nee, aber ich bin dann immer wieder überrascht, wie wenige diese Leute kennen. Also Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und du fängst dann irgendwie an zu erzählen, ja, ja, Olli Schulz, der hat mal bei Joko und Klaas sowas mitgemacht. Und dann beschreibst du die optisch und sagst ja, das und das haben die gemacht irgendwie früher noch. Und dann sagen sie irgendwann, ach ja, ja, doch, doch, kenne ich. Aber du merkst genau, das ist denen gerade scheißegal. Und sie waren eigentlich nur, dass du aufhörst darüber zu reden, weil es voll auf die Nerven geht. Und dann fühlst du dich scheiße und dann fühlen die sich kurz scheiße, weil sie dich jetzt abgewürgt haben. Aber dann denken die, ja, du bist ja eh ein Idiot und deswegen machen die einfach weiter. Und das ist jedes Mal ein einziges Chaos. Und ja. Ja, so ist das bei ihnen. Ja. Nee, wie gesagt, ich bin wirklich immer überrascht darüber, wie wenige diese Leute kennen. Aber wie viele dann doch. Also irgendwie, zumindest in meinem Umfeld kennen die ziemlich viele. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich so vielen davon erzählt habe. Inzwischen kennen sie bei mir natürlich auch die meisten, aber eben nur so, ich zeige denen dann auch öfter mal Sachen. Also vor allem aus dem Neo-Magazin Royale. Ja, das kann man auch echt super zeigen. Also ich finde das Wahnsinn. Ja, den Rieses-Song und so, das habe ich rauf und runter gezeigt. Und das fanden dann auch alle lustig. Aber so den Appeal, das dann selber anzuschauen und eine ganze Sendung, scheint bei vielen noch nicht da zu sein. Aber gut, vor allem Jan Böhmermann hat ja jetzt ordentlich Publicity bekommen durch dieses Ding mit Varoufakis, wo er den Stinkefinger gefakt hat. Aber hast du mitbekommen, wie es letztendlich wahrscheinlich wirklich war? Also dass er ein... Wie? Also Varoufakis hat ja bei Günther Jauch gesagt, der Finger ist gefakt. Ja. Dann hat Jan Böhmermann ein Video veröffentlicht und an seiner Sendung gesagt, wir haben diesen Fake gemacht. Aber wahrscheinlich ist es so, man ist sich noch nicht ganz sicher, aber wenn man Videoanalysen wirklich professionell macht, hat er ein Fake-Video gemacht, wo er... Ja, natürlich hat er ein Fake-Video gemacht. Also ich glaube, Jan Böhmermann ist auch nicht so mutig genug und stellt jetzt einfach mal den griechischen Finanzminister da, wie er einen Stinkefinger macht, zu Germany. Der weiß auch, was das lostreten kann eben an Aufregung. Also ich glaube, ohne Rücksprache mit Varoufakis eben. Also von daher glaube ich, so mutig ist er dann auch nicht. Aber das finde ich auch wieder so genial, diese Situation zu sehen, was ihm da vorgelegt wird eigentlich als Vorlage, vorgelegt wird als Vorlage, oh Gott. Dass eben dieses Video aufkommt, du hast diesen Hype darum oder diese Empörung und Varoufakis behauptet dann auch noch, das hat jemand gefakt und du hast sowas schon mal gemacht in der Richtung mit Stefan Raab, wo du auch gemerkt hast, das schlägt hohe Wellen, das bringt dir Publicity, das kommt bei den Leuten gut an. Und das dann einfach noch zu verwandeln und zu sagen, ey Leute, der hat gesagt, irgendjemand hat das gefakt, dann sagen wir einfach, wir waren das. Ich finde das total genial. Also sorry, das ist dann wirklich so eine Gelegenheit einfach zu nutzen und zu sagen, es ist auch richtig gut gemacht, weil ich habe mir das Originalvideo angeguckt, also das von Varoufakis mit dem Finger. Und kurz bevor diese Szene eben kommt mit dem hier Stick for Finger to Germany, ist so eine kleine, ja nicht Schwarzblende, sondern so ein Rotstich im Bild. Also dass das Bild kurz einfach nur rot wird. Und in dem Video, was Jan Böhmermann gemacht hat, hast du das drei, vier Mal, dass dieser Rotstich kommt, wo ich am Anfang auch so dachte, haben die das wirklich gemacht und das ist so der kleine Hinweis von wegen, ja wir haben das wirklich gefakt und das war unser Markenzeichen. Aber ich glaube, die haben das sich einfach angeguckt und gesagt, hey, dass dieser Rotstich, das bringen wir jetzt auch einfach bei uns vier, fünf Mal. Das ist auch kein Zufall, weil die haben das so oft gebracht, du weißt genau, das haben sie von da kopiert. Also wirklich schon sehr, sehr geil gemacht. Ja, also ich muss sagen, von beiden, von dem gespannen Böhmermann und Schulz, finde ich Jan Böhmermann auch noch den, dem ich am meisten folge. Also Olli Schulz ist auch als Musiker unterwegs und da jetzt im Moment auch gar nicht mal so unerfolgreich, also er ist erfolgreich. Aber ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt nicht so meine Musik und wenn er nicht zusammen mit Jan Böhmermann unterwegs ist, dann finde ich ihn ein bisschen anstrengend. Also ich finde, man braucht, man braucht halt dieses Ausgleichende oder das, das zweite Paar, ach, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Pendant dazu, ja. Genau, ja, ich weiß, was du meinst, ich kann nur sagen, ich teile es nicht so ganz, weil es er damals schon bei Neo Paradise mehr gemacht hat mit Joko und Klaas. Da habe ich ihn schon ordentlich gefeiert. Mit den erotischen Gedichten? Nee, okay, das nicht, das nicht. Aber alles andere, was er sonst so gemacht hat, okay. Das fand ich nicht so doll. Gut, nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich zuerst von ihm gesehen habe, aber wo er mit ihnen unterwegs ist im Heidepark Solltor und dann, ah, was weiß ich noch alles. Das ist dann die Sache mit Berlusconi, wo er da das rummacht und da hier Ficky Ficky und so, worauf er sehr, sehr gerne angesprochen wird. Also wenn ihr irgendwo mal Olli Schulz seht, brüllt als erstes immer Ficky Ficky, dann habt ihr gleich einen Freund fürs Leben. Nee, aber ich muss auch sagen, Jan Böhmermann finde ich den lustigeren. Es ist, obwohl Olli Schulz auch definitiv seine Momente hat, weil er hat auch und zu mal wirklich ein paar... Der ist super spontan und der kann viele Situationen noch retten, die eher unlustig geworden sind in der Sendung und dann macht er noch irgendwas. Du merkst auch, der hat einen total fucked up mind teilweise. Also was da, für skurrile Ideen. Ich habe mir heute auch mal wieder so, weil jedes Mal, wenn ich zum Sport gehe, höre ich eigentlich sanft und sorgfältig, was natürlich auch super lustig aussehen muss, wenn ich da einfach irgendwo rumhocke und die ganze Zeit versuche, nicht laut loszulachen. Man sieht natürlich trotzdem, wenn jemand versucht, nicht laut loszulachen, wenn er die Hand vor den Mund... Aber tatsächlich sehe ich, wenn ich durch Berlin laufe, dann sehe ich viele Leute, die das machen. Also es gibt, vielleicht hören die alle sanft und sorgfältig, aber es gibt wirklich viele, die so aussehen. Ja genau und beim Sport, da war auch wieder die Situation, wo Olli Schulz dann angekommen ist, man müsste Tieren beibringen, andere Tiere abzuschlachten, von wegen Wurstherstellung und Fleischindustrie und so, weil dann hätte man als Mensch keine moralische Schuld mehr. Der hat das dann auch so richtig ausgebreitet. Das ist eigentlich seine Kunst, eigentlich nicht nur irgendwie so einen skurrieren Gedanken zu haben, sondern den auch wirklich detailliert auszubreiten. Und du bist dir nie sicher, ob er den Gedanken wirklich hatte oder ob er ihm gerade in dem Moment, wo er redet, gekommen ist. Wenn er dann sagt, ja, ich bin dann in den Supermarkt gegangen und wollte mir sowas kaufen und dann haben sie halt dieses Oberthema und dann strickt er dabei, während er erzählt, noch was Passendes zu dem Oberthema. Das finde ich auch so absolut genial. Du weißt bei denen nicht, was ist geskriptet und was nicht. Also ich weiß nicht mal, ob die überhaupt was skripten. Du merkst natürlich, dass sie sich gewisse Sachen vorbereiten, dass sie Ideen haben. Okay, das ist in der Woche vorgefallen, das können wir jetzt mal bringen. Zum Beispiel der Bild-Chefredakteur hat die Adresse von, nicht Udo Lindenberg, von, wie heißt er, Herbert Grönemeyer veröffentlicht im Internet. Das bringen wir jetzt einfach mal bei uns und machen das zum Thema. Sowas dann. Also irgendwas Tagesaktuelles aufgreifen. Aber was dann daraus wird, das weiß man nicht. Ja, genau. Ob die das wirklich, ja. Und viele Sachen hast du wirklich das Gefühl, es ist spontan. Vor allem am Anfang der Sendung, als sie ja nur noch bei, oder nur noch, als sie nur bei Radio 1 waren, hatten sie ja auch noch Anrufer, die eben mittendrin live dann eben waren in der Sendung. Und du weißt ja natürlich als Moderator nicht, was macht der Zuschauer jetzt. Aber sie haben trotzdem immer wirklich gut reagiert und auch coole Ideen gehabt. Und ja, deswegen, also die beiden sind unheimlich schlagfertig, was ich wirklich an ihnen bewundere. Ja. Und auch nicht so, dass es unfassbar schlecht wird. Also selbst wenn es mal schlecht lustig wird, schaffen sie es trotzdem, das so umzukehren, dass du jetzt denkst, oh Gott, war das schlecht lustig. Aber du fandest es trotzdem lustig. Ja, also was ich bei Olli Schulz gerne mag, ist, dass er, also diese Einfälle, die er immer hat, diese Spontanität, aber auch die Einspieler, die er macht, wenn, die sind einfach teilweise so cheesy, aber auch irgendwie wieder so lustig. Und die Sachen, die er sich überlegt, die reichen sich ja da auch Ideen hin und her. Also Ideen, die Olli Schulz geäußert hat bei Sanft und Sorgfältig, die findet man dann teilweise auch wieder bei Neo Magazin Royale. Entscheide dich, sonst... Genau, freut da nicht die Taliban. Das findet man da... Später Isis dann, genau. Und das mag ich sehr gerne an ihm. Was ich nicht so mag, ist so diese bisschen widerliche Seite, die er manchmal rauskehrt. Und Hamster- und Skateboard-Typen, oder was meinst du? Nee, nicht mal das, sondern dass er irgendwie so, oh, ich habe gerade wieder so einen Magrib im Hals. Und dann fängt er so an, oh, mir ist so schlecht. Ja, ja, also teilweise ist er wirklich sehr, ja, ich, ja, ja, ich weiß das. Also es gab wirklich eine Zeit, ich habe angefangen, Sanft und Sorgfältig zu hören. Ich habe es auf YouTube gefunden, weil ich ja einen Böhmermann irgendwie gegoogelt habe, bin darauf dann gekommen. Habe das dann gehört, Folge für Folge für Folge. Und irgendwann hatte ich mir das überhört. Und dann kamen auch noch mehrere Folgen hintereinander, wo andauernd irgendwelche widerlichen Sachen von Olli Schulz kamen. Und dann dachte ich so, boah, nee, mir wird jetzt schlecht, wenn ich das höre. Ich muss jetzt aufhören. Das war einfach zu viel. Also so krass ging es mir nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also er geht teilweise schon wirklich sehr in den Nasty-Bereich, wie man so schon sagt. Das ist natürlich dann auch wieder Provokation und sie probieren alles aus, sie machen alles und sind sich auch nicht zu schade, mal wirklich Dinge zu machen, die man so eigentlich nicht senden würde. Aber sie werden halt trotzdem gesendet und dann ist es so. Ja, die essen beim Reden, die rülpsen dabei, ununterbrochen eigentlich. Nein, also schon ab und zu. Sie haben auch mal eine Sendung gemacht, wo Jan Böhmermann in der Badewanne gesessen hat. Also sie, das schätze ich auch wirklich sehr an Jan Böhmermann, dass er wirklich, du hast das Gefühl bei ihm, jede Sendung versucht sich nicht neu zu erfinden, aber immer wieder was Neues reinbringt. Also es ist bei ihm nicht einfach nur, ja, ich sag schnell, wie heißt das hier? Arbeit nach Vorlage? Nein, ich komme nicht drauf. Du willst mir nicht helfen. Du kannst mir mal Arsch lecken, ey. Genau. Dienst nach Vorschrift. So hieß es. Dass er nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift? Ja, danke. Dass er nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern wirklich immer wieder versucht, was Neues mit reinzubringen. Und ja, das auch jedes Mal eigentlich gut schafft, meiner Meinung nach. Ich finde es auch wirklich Wahnsinn, was er für einen Output hat, also einen kreativen Output. Er wiederholt sich natürlich, wenn man seine ganzen Projekte verfolgt, dann merkt man schon, der Gag kommt jetzt da und kommt da. Er hat sich mal auf bestimmte Personen eingeschossen, genau. Genau, ja, Sebastian Edati gefällt das. Lena Malandrut und so, oder hier die Julia Engemann, die dieses One-Day-Baby-Gedicht hatte. Ja, das war dann auch eine Weile so. Das kommt dann halt öfter und man kann ihn dafür dann einfach mögen. Also entweder stört es einen, dass er nicht immer was Neues macht, aber trotzdem, wenn man jetzt nicht alles von ihm sieht. Aber er ist bemüht, ja. Ja, und seine Sendungen, Neo Magazin Royale, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, gibt es auch auf YouTube leider nicht komplett alles, aber Roach und Böhmermann, kennst du das? Ja, ich hatte, ich glaube die mit Olli Schulz sogar, habe ich mal geguckt, wo ja auch noch Markus Kafka da war und noch irgendein anderer religiöser Spinner, der mir total auf den Sack ging und auch allen anderen. Ja, aber wenn du dir diese Sendungen von den beiden anguckst, da sind auch wieder diese klassischen Einspieler von Jan Böhmermann, die er so gut kann, die dann auch in allen anderen Sendungen, die er so hatte, da tritt William Kohn zum ersten Mal auf. Also da ist er eben der Typ, der das vorliest. Der Sidekick von Neo Magazin Royale, sollte man jetzt noch anmerken, ja. Ja, und diese Sendung, die kann ich euch echt empfehlen, weil es eine, wieder mal eine Sendung ist, wo er versucht, dieses Talk-Format auf eine andere Ebene zu bringen. Die Roach nervt mich manchmal ein bisschen, vor allen Dingen wegen ihrer Stimme. Dachte ich mir gerade, ja. Aber trotzdem, also ich gucke das jetzt gerade wieder und finde das einfach großartig. Es gibt immer mal wieder so, ja, Folgen, wo man so denkt, es war jetzt vielleicht nicht ganz so dicke, aber sie machen dann halt so Sachen, dann lädt er Brit ein, also die von... Die Moderatorin. Genau, die Sat.1 moderiert hat. Talkshow, Lady. Und geht sie dann total an oder einen Typen von ehemals neuen Live und macht ihn die ganze Zeit fertig. Also sagst du die ganze Zeit, ja, hier übrigens der berühmteste Hartz IV oder einer der, keine Ahnung, irgendwie macht ihn richtig runter und der kommt damit nicht klar. Die haben so in der Mitte so einen Knopf bei der Sendung, wo sie sich selber zensieren könnten. Also wenn sie mal sagen können, ja, der und der hat was gemacht, dann hören die das im Studio, aber wenn er drauf drückt, hört man so ein Piep. Und der Typ kommt einfach nicht drauf klar, dass Jan so schlecht über neuen Live redet und über ihn redet. Und dann drückt er permanent da drauf und es wird einfach so peinlich, weil der schafft es mit seiner provokativen Art einfach, die Leute aus der Reserve zu locken und sauer zu machen. Zum Beispiel Max Herre ist mal aus der Sendung rausgegangen, weil sie gesagt haben, behauptet haben, sie fänden halt seine Musik von früher besser und ob er denn heute seine Musik selber schreibt und früher halt schreiben lassen. Und das hat ihn so geärgert. Das finde ich einfach genial, wie die auf diese Art und Weise dann die Fans, ach die Fans, wie sie auf diese Art und Weise dann die Zuschauer dann, wie sie auf diese Art und Weise dann die Gäste ein bisschen aus der Reserve locken können. Ja, Jan Böhmermann schafft es ja auch grandios, also eigentlich wie kein Zweiter. Der hat eine bestimmte Art und du hörst es ja auch immer wieder, was er selber sagt, dass es dann auch bestimmte Leute gibt, die das wissen und die dann mit ihm nichts zu tun haben wollen. Aber ja, er ist ein Mensch, der mit seiner Meinung nicht vor den Berg hält, der auch eine Meinung hat, die ich nicht immer unbedingt teile. Also wenn du zum Beispiel das siehst mit Campino mit dem Band-8-Ding, da ist er teilweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, meiner Meinung nach. Oder es hat jemand abbekommen, wo ich sage, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, das hätte er jemand anderen antun können, wenn du es hart formulieren willst. Aber nichtsdestotrotz, du merkst es auch bei solchen Sachen bei ihm, selbst wenn ich mit ihm nicht einer Meinung bin, dass er sich sehr viele Gedanken darüber macht. Also ich würde auch die Behauptung stellen, jetzt aus der Ferne als Hobby-Sigmund Freud, dass er ein unheimlich moralischer Mensch ist. Und ich glaube auch, dass ihn das ziemlich ankotzt, also dass er moralischer ist, als viele dieses von sich behaupten. Und dass ihn das ankotzt und dass er deswegen dann eben wahrscheinlich auch manchmal nicht anders weiß, als eben mit Witz zu reagieren. Wo dann viele immer sagen, es ist zynisch und dergleichen. Ich finde, er spricht dann eben sehr, sehr harte Sachen an und das eben auch sehr oft zutreffend. Er hat aber auch mal gesagt in Interviews, also da nimmt er sich dann nicht so wichtig und sagt halt, ja, also ich bin kein Journalist, ich bin kein guter Journalist, könnte kein guter Journalist sein. Und ich mache halt auch, also ich mache alle Witze einfach nur, damit die Witze ankommen. Deswegen macht er auch gerne Witze über Hitler, weil es lustig ist. Ja, also er ist sich da nicht zu schade, aber er hat halt bei manchen Dingen schon moralische Bedenken, wie du sagst. Und bringt die dann auch in seinem Stand-up oder was er halt in seiner Sendung hat, auch wirklich an. Ja, auch ziemlich hohe Ansprüche, würde ich behaupten. Also mehr als der allgemeine Konsens, der sich dann wahrscheinlich nicht anders zu helfen weiß, als eben anzukommen und ihn als Zyniker abzustempeln. Und zu sagen, ja, darüber macht man keine Witze, obwohl er ja gerade anprangert, dass manche Menschen einfach scheiße handeln. Zum Beispiel, das war glaube ich der vorletzten Neo-Magazin-Royal-Folge, wo er das am Anfang gebracht hatte mit der Emma-Redakteurin. Die eben diesen Absturz von der Germanwings-Maschine dazu instrumentalisiert hat, um ihre politische Meinung durchzudrücken. Auf wirklich eine so plumpe, dumme Art, was er dann eben zum Thema gemacht hat. Wo ich auch sagen muss, super Art und Weise mit dieser Tragödie umzugehen. Wo andere dann gesagt hätten, okay, wir sind eine Comedy-Sendung, wir fassen das gar nicht an, dieses Thema. Sondern er sagt dann, okay, wir fassen das Thema an, aber wir machen uns jetzt nicht über die Opfer lustig und dergleichen. Sondern wir machen uns eben über die lustig, die das irgendwie misshandeln wollen oder missbrauchen oder eben instrumentalisieren. Und da merkst du dann eben auch wieder diese Moral, dass er aus seiner Sicht natürlich sagt, darüber sollte man sich nicht lustig machen oder das sollte man nicht irgendwie verwenden und dergleichen. Hat er auch gemacht bei Charlie Hebdo, als der Anschlag war, wo er dann den Papst angeprangert hat, weil der in dem Zusammenhang gesagt hat, über Religion macht man sich nicht lustig. Wo er dann auch meinte, der Papst hat jetzt gerade einen Anschlag dazu benutzt, sich oder seine Meinung eben kundzutun und auf dem Rücken eines Anschlags seine Meinung zu verbreiten. So, das wollte ich sagen. Ja, sind schon interessante Persönlichkeiten, aber man muss auch ganz, also auch in meinem Umfeld sind die beiden, wie gesagt, bekannt, aber nicht beliebt unbedingt bei allen. Also der Humor ist wirklich eine Schmerzsache. Nee, es ist eine besondere Art auf jeden Fall. Ja, ja. Ich muss auch sagen, Jan Böhmermann erinnert mich sehr, sehr stark an Harald Schmidt von der Art. Hat ihn, glaube ich, auch sehr beeinflusst, ja. Das kann gut sein, obwohl er es ja bestritten hat, also dass Harald Schmidt gar nicht mehr so einen Einfluss wäre, aber einfach wirklich dieses Moral eben in Witzen verpacken, das, was Harald Schmidt auch sehr viel gemacht hat. Und bei beiden hieß es ja, das sind Zyniker und das sind arrogante Pfaffen und so. Ja, ich habe auch verschiedene Interviews gesehen, also wo sie sich zu Zyniker... Pfaffen, Fatzke. Ich habe schon wieder Pfaffen gesagt. Pfatzke meine ich. Ja, Entschuldige. Wo sie sich zu Zynik allgemein äußern und da sagt Harald Schmidt auch was anderes als Jan Böhmermann und ich würde die beiden auch nicht unbedingt in einen Topf werfen. Nee, nee, die haben auch teilweise unterschiedliche moralische Ansichten oder politische Vorstellungen, keine Frage. Die kommen ja auch aus einem vollkommen anderen, ja, vollkommen anderen, aber die haben ja natürlich einen anderen Background und sind wie viele Jahre auseinander? 30? Also allein das schon. Ja, aber man merkt auch schon, Jan Böhmermann hat ja auch schon für Harald Schmidt geschrieben und wird sich auf jeden Fall Gedanken gemacht haben, wer er sein möchte, was er gut findet an Harald Schmidt, aber garantiert auch, was er nicht gut findet, was er gemacht hat. Und jetzt ist er, glaube ich, in einer Phase, wo er noch sehr viel ausprobiert, wo er sehr kreativ ist, was einfach total spannend ist mitzuverfolgen, weil er einfach Sachen macht, die sonst niemand macht im Öffentlich-Rechtlichen, erst recht nicht. Und das finde ich klasse, dass sie ihm die Möglichkeit geben, das zu machen und ja, ich glaube, dass er wirklich mal eine richtige Größe sein wird später mal, dass man den auch vergleichen kann mit Harald Schmidt, weil diese Sachen, die er heute macht, die kann man sich vielleicht später nicht mehr so gut angucken, weil die auch halt altern, ganz schnell, weil sie teilweise auf aktuelle Dinge Bezug nehmen und wenn du nicht mal weißt, was damals passiert ist, dann ist der Gag weg. Aber dieser Output und dieser, ja? Ja, kleines Veto, weil ich habe mir natürlich Harald Schmidt nur die alten Folgen eigentlich angeguckt, also die von Folge 900 oder Ausgabe 900 bis so 1200, wo er eben mit Michael Andrak zusammen das Team gebildet hat. Muss ich auch nochmal kurz zu dem, ähnlich wie Harald Schmidt, Jan Böhmermann, so ein Format wird er niemals machen, das würde zu ihm nicht passen. Also eben dieses mit Michael Andrak und eben schon eigentlich mehr so auf familiäre Atmosphäre, sage ich mal, zwischen den beiden oder innerhalb des Teams, das passt, glaube ich, zu Jan Böhmermann nicht. Aber deswegen zu tagesaktuellen Sachen, diese Folgen von Harald Schmidt von Episode 900 eben bis 1200, das kam alles im Jahr 2000 bis 2002 ungefähr raus. Und ich kann das trotzdem noch abfeiern. Das meine ich ja auch gar nicht. Ja, ich meine bloß bei Jan Böhmermann, die Sachen, die er jetzt macht, dann verstehst du einfach nicht mehr, was diese Hashtag bedeutet. Oder ich kann mir vorstellen, dass du in zehn Jahren diese Sachen guckst und die wirken dann einfach sehr altbacken. Ja, aber wie gesagt, Harald Schmidt hat auch sehr viel tagesaktuelle Sachen. Also wo er sich folgenlang nur über, jetzt komme ich gerade auf, über Rudolf Scharping lustig macht und so. Wo du heute natürlich sagen würdest, wer ist Rudolf Scharping, keine Ahnung mehr. Aber es funktioniert trotzdem der Gag. Du bekommst das alles mit noch, wie der Gag eben aufgebaut ist, worüber er sich lustig macht. Und ja, deswegen, es gibt natürlich auch so zeitlose Sachen, die eben zeitlos sind. Aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da noch kommen wird. Definitiv. Und ich bin da, ich gucke mir auch wirklich ganz treu alle Sachen an. Bei Sanft und Sorgfältig hänge ich ein bisschen hinterher, weil ich das halt wirklich einfach, ich würde wahrscheinlich, so bin ich halt nun mal nochmal von vorne anfangen und mir die alten Sachen nochmal anhören. Okay. Und ja, wir verabschieden uns jetzt einfach ganz schnell bei euch. Ihr habt jetzt ganz tapfer zugehört. Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon über der, sind wir schon über eine Stunde? Ich weiß es nicht, aber über 45 Minuten bestimmt, oder? Ja, ja, ja. Wir wissen es nämlich immer nicht so genau, wenn wir jetzt gerade hier aufnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt nachgeguckt und das ist erschreckend. Also es wird wirklich ziemlich lang diesmal. Aber ihr habt es sicherlich auch gemerkt in den Diskursen, das war jetzt einfach mal so was Privates, sage ich mal, was wir beide eben mögen. Wobei wir jetzt auch einfach mal so ziemlich einen In-Talk, würde ich auch behaupten, gemacht haben. Also du müsstest es wahrscheinlich wirklich kennen, um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Aber ja, kann auch mal sein. Mein Gott. Ja, vielleicht hat es euch ja neugierig gemacht. Das wollen wir ja auch oft machen. Und zum Beispiel reden wir auch manchmal über Filme, ohne uns richtig über die informiert zu haben. Das ist natürlich einerseits praktisch für uns, weil wir nicht so wirklich dann Zeit investieren mussten. Andererseits mache ich so eine Sache aber manchmal auch wirklich erst im Nachhinein, weil ich sehen möchte, was ist bei mir hängen geblieben. Und die Leute, die das dann hören, möchte ich auch, dass die, wenn sie das hören, Lust bekommen, sich darüber selber zu informieren, weil es meistens besser ist, als alles vorgekaut zu bekommen. Und zum Beispiel bei... Ne, wir machen jetzt hier mal Cut. Ne, mach doch ruhig noch das Beispiel jetzt. Jetzt hast du mich... Nein, nein, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht. Wollen wir das Ganze trotzdem noch zu einem schönen Ende bringen? Oder wollen wir jetzt lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende? Ich weiß jetzt nicht, was du noch von mir willst. Soll ich sagen, dass ich dich noch lieb habe? Ja. Ich hab dich noch lieb. Das würde mir helfen. Danke. Sehr gerne. Kannst du jetzt deinen Spruch sagen? Ja, sehr gerne. Verdammt, welcher war es? Sekunde. Ach ja, genau. Denkt immer daran, in Zambia ist es verboten, Pygmen zu fotografieren. Oh, wusste ich noch gar nicht. Kein ist nicht so gut. Ich fand es interessant, weil ich mir dachte, was ist da so die Hintergrundgeschichte? Weißt du? Ich musste mir erst mal überlegen, was es überhaupt bedeutet. Aber ja, jetzt habe ich es verstanden und ich wusste es wirklich noch nicht. Okay. War Zambia eigentlich die Insel, wo Freddie Mercury geboren wurde? Macht's gut, bis zum nächsten Mal und liebe Grüße an alle Leute in Zambia. Passt auf, ich auch. Tschüss. War das nicht Zambia? Das war doch irgendeine... Zambia ist doch hier so eine Insel von der Vorkiste, was sie dann... Sansibar! Ich glaube, es war Sansibar, nicht Zambia. Scheiße! Ah, das ist jetzt peinlich. Tja. 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 Tja.